Was willst du mit dem Schiff machen hier? Wir haben uns noch einmal abonnieren. Hallo, wer ist das? Sascha, ne? Hast du auch Wasser gekriegt, wo rüber? Wir fahren aber heute Abend wieder. Ich hab auch mal einen Fußpass. Ich hab nur für... Naja... ...zweil halb da anfangen. Was denn? Wir müssen jetzt von hier oben gucken. Ich kann nicht sagen, wie ist das hier? Wir sind ja schon gekommen. Ich hab nur noch einen Tisch in der hier oben... Ich hab den hier oben geholt. Ja, das ist ja so schön. Schau, wir haben jetzt Abend, das ist ja schön. Ich hab den hier oben auch noch mal raus. Ich hab den hier oben auch nicht. Ich hab den hier oben auch nicht. Ich hab den hier oben auch nicht. Das ist ja so schön. Das ist ja eine tobe Schöne und so die ganzen Leute so süß. Letztes Jahr, ich geh mal vor 12 Jahren, da war ich nicht. Seht, da war die ja alles leer. Die 12 Jahre nicht gesehen hast, sondern, äh, ne? Ja, die sind doch immer alle weggeworden in 12 Jahren. Ja, wobei der Böhmer kann ich abgesteckt sein. Ne, in 12 Jahren ist das nicht gut. Ne, aber der war es halt auch noch. Der war in 12 Jahren. Servus. 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 Servus, schon mal. Servus. Grüß dich. Alles gut? Ich habe das hier bei den Beispielen an der Reihe. Zeh mal nicht. Spressen. Mit Hatsch. Ja, das ist nie so ein Pressen. Ich habe es im Hochbeschein gehört. Nein. Ja, das war lustig. Das kann man auch 처음 haben. Das ist wirklich ein Knochen. Ja, das ist nicht so. Die haben wir auf einer 30 Sekunden Beat' getötet. Vor nach oben? Das gehört nicht? Ja, aber noch nicht. Ja! Ein wunderbares Hallo in die Runde. Herzlich Willkommen im Müglitz-Talstadion Schlöpfitz zum heutigen sechsten Spieltag der Kreisliga A. Empfängt der SV Glaser der aktuell Tabellen 7. nach fünf Spielen mit sechs Punkten. Die Spielgemeinschaft von Lohmann-Wählen, die sich aktuell auf dem fünften Platz in der Tabelle befinden, nach fünf Spielen mit einer Ausbeute von sieben Punkten. Und noch eine kleine Info ab zum Jugendfußball am heutigen Tage. Heute Morgen aktiv die E-Union in der Kreisoberliga. Zuhause fangen sie den Brettschendorfer SV. Das Ergebnis 0 zu 1 für Brettschendorf. 10.30 Uhr spielte die C-Union in Pirna beim 1. FC. Unterlagen da knapp mit 5 zu 3. Und auch die D-Union waren heute bereits aktiv in Burgnitz und unterlagen dort leider knapp mit 4 zu 2. Für alle Interessierten für den morgigen Tag, da sind noch unsere F-Junioren aktiv im Kindervereinsturnier vom SV Chemidona. Dort die Spielgemeinschaft mit dem Liebstädter SV ab 13 Uhr. Und auch am morgigen Sonntag um 14 Uhr unsere A-Junioren-Spielgemeinschaft mit der BSG Stahl-Altenberg empfangen in Altenberg den SC Freital 2. Mannschaft. Morgen um 14 Uhr. Heute allen viel Spaß. Es gibt fast Bier. Danke an die Jungs. Am Imbiss. Und uns auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ich würde beginnen mit der Mannschaft aus Lohmen. Die beginnt heute im Tor mit der 1 Georg Philipp Herrmann, mit der 3 Mannschaftskapitän Johannes Hain, mit der 4 Paul Nonnast, mit der 7 Lukas Höhne, mit der 8 Sebastian Rumler, mit der 9 Tobias Jone, mit der 10 Mike Käseberg, mit der 12 Matthias Schmidt, mit der 14 Richard Riedel, mit der 17 Paul Pinkert und mit der 20 Moritz Kühne. Sebastian Rumler ist der Trainer und hat auf der Ersatzbank noch Alternativen. Fürs Tor mit der 22 Philipp Ufer, Leon Buschig, Dennis Müller und Kevin Weber. Das ist so, wie ich schon riecht. Ich bin schweißig. Ich bin schweißig. Ich bin schweißig. Du, ich bin schweißig. Du, ich bin schweißig. Du, ich bin schweißig. Weil der Ego nicht aus dem Hüttel? Ich gehöre. Du, das ist ein Wieser. Ich bin schweißig. Ich bin schweißig. Ich bin schweißig. Wenn ihr alle nicht lesen könnt, kann ich euch schweißig. Wenn ich jetzt Nachrichten kriege, füllen ich schweißig. Noch mehr Werbung ist. Wachen Sie bloß, wenn ich kein Schweißer ist, wissen wir, dass es ist. Wird ja ab Donnerstag heute tagtäglich kommuniziert. Und ich hab's nicht so gut. Ab geht's. Luca, meinst du bist echt. Willkommen im Livestream. Herzlich willkommen. Es geht jeden Augenblick los. Wenn wir Alex nicht gut spielen, können wir über Halbzeit tauschen. Super Kommentar von Zwillingsbruder. Das kann man gut gebrauchen. Danke, Basti, wirklich. Für den Einsatz. Am besten wäre so manchmal der Heldklappe. Gut, dass es nicht so auf die ersten. Nee, Quatsch. So. Bild ist alles drauf? Alles gut? Ja. Der Manu filmt heute. Wo ist der? Manu muss filmen. Das Schiedsrichtergespann betritt den Platz. Die Schiedsrichterassistenten heute, Felix, Mielke und Gerhard Müller. Mit Hauptschiedsrichter Felix Weigel. Wir wünschen Ihnen ein gutes Spiel. Mit Gerhard Müller haben wir gestern mit dem Andi noch bis zum Schluss gesoffen. Papa! In Kreischer. Bitte hier nicht dagegen laufen. In Kreischer. Bei dem Fernamtsdach war der auch bis zum Schluss. Dann sagte er einen Schiss und bis morgen. Ja, warum das? Und dann sagte er einer. Boah, der ist ja Gerhard Müller. Gerhard Müller kann irgendwie mit dem Hand fahren. Ich glaube, der pfeift morgen. Das steht an der Linie. Tun wir ihn jetzt nie humpeln. Mein Gott, ey. Mannschaften machen sich bereit und ich stelle euch unsere Heimmannschaft vor. Heute im Tor unser Capitano mit der 22 Maximilian Seidel. Mit der 4 Franz Schüring. Mit der 5 Colin Hamann. Mit der 6 Steve Böhmer. Mit der 7 Igor Soltruth. Mit der 8 Tobias Schön. Mit der 9 Alexander Bettnacher. Mit der 10 Marvin Hamann. Mit der 11 Maximilian Paul. Mit der 19 Sascha Pöschel. Und mit der Rücken Nummer 20 Kai Kunze. Lange bei der 1. Lange bei der 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 5. So, let's go. Viel Spaß. Ich muss mal die Musik ausmachen. Ich muss mal die Musik ausmachen. Oder sagst du Olli? Wie viele Leute sind so da? Es ist nur überschaubar. Abseits war es eigentlich. Jetzt kommt die Fahne. Ich würde jetzt grob über den Daumen von 50 Zuschauern ausgehen. Mehr sind es nicht. Der Pegel ist doch nicht erreicht. Der Pegel ist doch nicht erreicht. Was möchtest du denn jetzt essen? Wenn du nur ein Bräut essen möchtest, reicht das. Wenn dir eine Bockwurst essen ist, musst du noch mal was sagen. Alles klar? Was ist das? Wenn der nervt, schickt ihn hoch. Kannst du ihn ruhig sagen. Oh, ich weiß nicht. Keinen Meter. Keinen Meter. Alles andere da. Wie läuft es denn? Ich hab Fall. Oh, nee. Ich hab ich jetzt ein. Ich weiß, dass er mit der Hand hingegangen hat. Was macht man ganz? So mit dem Band? Hei, die Schnapp. So. Hei, die Schnapp. Hei, die Schnapp. Nächsten! Du musst, Steve, du musst! Nuss! Nuss! Scheiße! Nö! Gut, erste Ecke rausgeholt. Die Kamera ist schon wieder gut an Führung hier. Nicht drauf. Das Ding! Abschluss! Oh! Schade! Einfach mal Danke sagen! Wir sagen Dankeschön! Ja, aber die flippen raus! Na! Mensch! So was verwirrt mich! Grüß dich! Mensch! Mensch! Scheidest Ding! Ist das gut? Papa! Nee! Was hat geklappt? Wenn noch ohne Hände läuft, passt das nicht. Ja! Ja, weil der Trommel entlassen ist, das weiß er noch nicht. Das weiß ich keine Stimme. Schade! Gut, Steve! Oh! Schade! Schade! Hey, und ihr müsst euch noch ein Bord wieder vorschieben, dann geht's nicht ab! Oh, warte! Ja, das war eh beruflich. Schön, Mann. Andere Seite flach. Na gut, da gehts einfach. Schönes... Schönes... Der EG wieder die Linie zu weit reingezogen, Mensch. Der steht hier hinter dir. Na gut. Wenn du es nicht probierst. Manchmal winkt er es. Papa! Was ist denn jetzt? Der steht hier hinter dir. Musst du mal aufstehen. Kann sein, dass du es im Sitzen nicht sitzt. Das ist der erste Tor. So wie er es kommt. Und die Fahne hat es ja dann trotzdem. Ich komme heute noch nicht rutschen daher... Moin Bingner! Wo bist denn du? Warum bist du nicht hier? Lübeck einfach, so ein Quark! Viel Spaß, schönes Wochenende! So ein Mühe! Alles klar! Schönes Wochenende! Auf dem Donnerstag mal die Blattdruck... ... und dann haben wir die Blattdruck... ... bis 28 Euro im Monat... ... dann machst du natürlich so ein Blattdruck... ... weil du kannst ja immer hier schon... ... Tore drin wieder anfangen... ... und raus-reporter... ... hast da aber irgendwo nachzunehmen... ... und die Räumen hoch! Diagonal! Schön, unter Egeklei haben wir den dort mal gepatscht, bringen die raus. Und zwar veräutert, hast du auch wieder die Merkert, dass ich hier mit einer Krankheit reinmüßt. Vorweil wie ein ständisches Fahrzeugzeug. Stark, Scheri! Wir brauchen Platz! Wir müssen bei jeder Spannung sein! Ja, das ist gut! Endlich mal! Halt! Halt! Der Alex ist aber auch langsam im Angriff. Der hat andere 24 oder sowas. Ja, da sitzt du bloß nicht. Der ist nie leck. Der ist nie lecker. Du warst aber krank, mach mal bitte den Schal drum. Und wenn du dir deine Jacke vorne holst, dann kannst du dich hier oben auf den Rasen setzen. Da sind wir zwei Jahre, aber das war eine weiße Karte. Da möchte ich aber noch ein Brot. Kannst du dir doch holen. Da brauche ich Geld. Nein, du hast jetzt genug bezahlt oder das reicht. Das nächste Brot kriegst du so. Und deine Jacke hängt in der Hütte drinnen. Faltert nicht runter. Geh oben lang. Alles live. Das nützt nicht. Kinder müssen auch gemacht werden heute. gemacht werden. Gut, langt tief. Basti ist drauf. Da sind wir miteinander. Willkommen Basti. 2. 4. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. Der muss halt versuchen, seinen Körper dazwischen zu bringen. Der kann doch nicht nur einen Haufen rein. Der muss nur seinen Körper reinstellen. Den Kopf so? Ja. Ebenfach durchgefahren. Jaaa. Ich hab das da eingeschlagen gefällt. Ne, wollte ich gerade sagen. Da ist Feuer. Ja, die ganzen können wir übermachen. Zehn Minuten länger. Aber die Stimmbänder sind da. Ja, der kann doch immer noch. Den hält nicht an. Hoffentlich bleibst du noch weiter sehen. Wer noch an der Seite kommt. Schlepper? Ja. 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 Rottst du noch weg? Ja. Das ist der Anfang. Schlechter wird. Das wird schon mal scheiße. Das wird schon mal rechtzeitig scheiße. Das hat schon mal rechtzeitig scheiße. Und am Sonntag, wo ich die Augen gefilmt habe, hat mich eine Viertelstunde lang da habe wegen Verband voll gequatscht. Und hier, wie scheiße alles ist. Und naja, das habe ich immer lieber rausgenommen. Das ist schnell Freitag um 9 Uhr, bis wir mal gelandet waren. Und ich sagte, Alter, raus ist da bei Schaffhaus. Den kann sie nicht anfangen. Nein. Ab halb in Deutschland eigentlich. Da waren wir immer wieder zu geil zwischen. Ein Taxi zu. Das war ja noch so gelaufen. Das war eine lange halbe Stunde. Ist der Alex so defensiv? Ich sage, wir müssen jetzt hier irgendwo einen ersten Shot rein. Wir müssen jetzt hier irgendwo einen vollgarten gehen. Ich glaube da recht, dass es Mittelfeld ist. Ja, sicher. Der Jonas-Mamler ist vor�uholgedattet, aber es wird nicht auf die Frasse halten. Das ist für die Würste nicht mehr genug da, oder? Hast du ja jetzt auch schon ganz paar Scheiben eingelassen. Oh, was macht denn der Tromper? Hey! Der hat wirklich einen Antritt. Oh, ja! Der hat wieder gemacht worden. Hey, Herr Wettbewerb! Marie! Das geht heute. Marie! Stopp! Hör auf jetzt! Komm hoch! Ja, mach ich. Und eine Flasche Wasser. Oh! 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 Ah! Bleib aus! Geht doch nicht um dich gesündet. Da habe ich gesagt, wir sind ja immer gut. Das schaffst du schon aus. Das ist ja immer gleich hier. Ja. Das ist immer... Bei Fußball Day ist das aktuelle. Mit Aufstellung, oder? Ja, ja, ja. Das müsste anders machen. Dann müsstest du das auf der anderen Seite machen. Ja. Oh! Oh! Ja! Vorsicht! Mach ich bitte nicht da runter. Mensch! Was ist denn heute los? Müll! Müll! Nein, es ist Müll! Ja, mit deinem Krankenjahr, das kann ich nur nicht wussten. Aber weißt du was, ist das? Weil die für die Wälder sind... Nein! Nein! Dann kam der Finger raus. Dann kam der Finger raus. Nein! Der hat auch mit. Aber der hat nicht gesagt. Es war eine Katastrophe. Nein! Die stellen wir dir die Räume gut zu. Die machen es sehr schrecklich. Endermann! Tschüri! Das ist halt nur ein Gauzen dabei. Ja, aber wir hatten ja immer noch so lange Morgen, wenn wir eben noch machen, ne? Das ist der Schöne! Das ist der Schöne! Oh! Schau! Wir wollen den März gegen die Scheiß lösen. Wir wollen den Ende März gegen die Scheiß lösen. Wir wollen den Ende März gegen die Scheiß lösen. Wir wollen den Ende März gegen die Scheiß. Ja! Das ist ja lecker! Aber schass, ist doch... Lecker war gar nicht! Ja, deswegen ist die Scheiße. Jetzt kommt doch ran! Ja, ich kann es sch bitten lassen. Jetzt bin ich noch mal. Ja, der hat's gut gemacht. Das Dank ist meiner Familie, unser Hildewang. Das hab ich auch gelesen, da hab ich auch gemalt. Da hab ich auch gemalt. Ich dachte, das hab ich auch schon eigentlich vorgemacht. Wenn er dann mit ihm was zusammengearbeitet hat, dann ist das ja, also nicht der Tömmel. Na ja. Das habe ich heute gelesen. Müller ist vielleicht das gewesen, oder? Wir oben bist ja auch ganz schön gelegt. Wir müssen das letzte Mal wieder eigentlich noch mal bringen. Wir haben einen Gürtelstasch aus dem Handgeladen. Das hat schon ein Staschen gezogen. Das ist schon ein Staschen. Ein Handybag, Alter. Das war dann ein Staschen. Es wird dann eine Woche. Es wird kein Handy mehr. Marie, nicht. Lasst das mal los. Was ist denn an der Kolping hat dann geschrieben? Der kommt noch ein, oder? Nein, nein, nein. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob das ein Bett machen. Das ist schon zu Papst. Und da hat selbst der Veranstalter auch gesagt. Papa, ich brauche mal, ich kann gar nicht mehr raus trinken. Ja, gibt es aber nicht. Das mache ich auch mal. Das ist aber hier nicht mit Mike zusammen. Das ist ein Staschen. Den hat es sonst mal getroffen. Der hat ein bisschen ein Lötchen, der Kerl. Der stand jetzt mal früh am Fenster, der Brenner, der hat das Löffel an der Autoscheibe. Ich bin nicht sehr schlecht. Ich bin nicht so weit. Ich bin nicht so weit. Ich bin nicht so weit. Machst du feine in den Taschen. Dann schluss mich ein Lötchen. Ich bin nicht so weit. Dann brauchst du nichts mehr machen. Das bleibt mir auch. Der Mike ist in Ordnung. Der möchte mich schon vor drei, vier Jahren noch mal hin holen. Tobi! Was haben wir ein bisschen aus der Knete gekommen? Das war das Einige, was ich noch abschreckt habe. Ich habe keinen Prozess. Ich gehe jeden Tag sechs, fünf, einen kleinen Baby drin. Das ist ein großer Hütter. Was ist denn hier los? Gar nichts! Die machen nichts weiter, außer warum? Die Bündnis musst du doch nicht machen. Zur Zeit bei uns ist es ein aktuelles Stress. Wir sind aktuell wieder auf den Betritt. Und wir haben noch fünf Wörtern zu tun. Wir haben einen Rundschmack. Wir haben einen Rundschmack. Wir haben einen Rundschmack. Wir haben einen Rundschmack. Naja, du verstehst nicht. Naja, du verstehst nicht. Naja, du verstehst nicht. Was? Na, sag, komm wir heute auch mal bei Herbchen an. Da können wir einfach einschlagen. Vielleicht ... ... die ganze Einladung. Dann nimmt uns mit. Er hat jetzt noch gefordert. Ja, das ist so. Heute mitkommen, ja. Ja, ja, wir können ja heute mitkommen. Ja, das ist alles gut. So, dann tun wir uns mal schöne Lütz abnehmen. Schau, dann müssen wir mit deinem Hemmer reden. Schau, für fünf Wörter fangen an. Und Dienstwagen. Logisch, und Gleitzeiten. Mit meinem privaten Autofahren wird er doch. Ohhhh. Ne, aber immer nochmal rüber. Da kann ich nicht mehr mit. Ja, ja. Ohhhh. Ohhhh. Hat er, glaube ich, gut gehalten. Habt er nicht gesehen. Jetzt versuchen. Nicht das. Weil die Neues hier. Ne, mit nicht. Dann schlafen wir mal. Das ist doch, sie muss hier die Seite aufmachen. Ne, doch. Die fängst du an. Die fängst du an. Bei uns machen die das ja so. Bei uns, die Bestellteile, die machen euch nicht. Das war schon ein Selbstdruck. Die brauchen die Trainingseinheit nur im Monat, weil jedes Spiel 8 Elf mehr daraus hält. Viele Thanen sind frei. Sie müssen hier essen, die sind im Monat, aber nicht. Sie können hierbei die Chiliin mit der Kameruk. Sie sind wohl so viel über die Wäsche. Sie können hier die Dänen kommen. Sie können hier die Dänen des Katzen behandeln. Das ist mit der Dänen. Nö, 1-2. Wann? Hat er jetzt schon nach dem Spiel 1-2 gegangen? Wieso sind wir? Ja! Gut, aber das kannst du auch anders machen. Ja! 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 Ich dachte, der hätte vielleicht beim ersten schon ausgemacht. Den hätte er auch laufen, würde ich sagen. Aber es ist immer so frichtig. Außerhalb des Strafraums ist immer noch ein Grenzwertschirm. Mann, Mann, Mann! Dicke Doppelchance! Pfff! Pfff! Pff! 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 Hallo, hau! Auf den Messer mal. Machen wir alles gut. Halt! Tch, halt! Und dann haben die Behörden ein bisschen, bei der Freiflitzung in Hofer. Das ist ein gutes Geld verdienen. Also, Robert, muss nicht schlechter Lägerli. Oder gut? BUNNERS. Nein, 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 nein. Der Lägerli ist ja schon mal ein. Er hat ja damals schon relativ gut mit ihm vorgekommen. Herr Heiser, einen wunderschönen guten Tag. Danke für Ihren Verlöp. Oh, weißt du was? Papa, der von den Kampfpächer, der hier reingekommen hat. Was denn? Und jetzt andersrum? Der Moch ist da als erstes einmal. Oh gut. Oh, das trocknet wieder. Papa, der war da vorbei. Oh, wir haben es doch gegessen, bevor wir hierher sind. Marie, nicht hier dran und ohne hier dran ziehen. Oh, der Kai hat doch die Träne hinweggemacht. Nee, nee. Oh. Ja? 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 Ja, der blaue Singefall, der darf aber auch hin sein. Ja, der blaue Singefall, der darf aber auch hin sein. Ja, der letzte Zeit ist ja übendran gewesen. Ja, das ist ja übendran gewesen. Ja, das ist ja immer, das ist ja immer die Zwischen, haben es ewig gesehen. Fangen wir mal mit gut, da kommen wir ja. Ja, der kommt ja wieder. Ja, der ist ja, der ist ja auch nicht. So, ihr beide. Guter Mann. Ja! Ja, der ist ja auch nicht passiert. Ja, der ist ja auch nicht passiert. Das stimmt, wenn du wenigstens anpasst, dann machst du ganz schnell keine Kropologie. Deswegen mach ich nicht. Schiedsrichter! Das hörst du da! Das hat ich gesehen. Ich hatte mir, glaub ich, dass er mich eingeladen hat, was er in der Interview hattet. Ich hab's nicht geladen! Ich hab's jetzt nicht los! Marie hoch, bitte. Marie. Marie, komm hoch. Nein, pass auf. Normalerweise sieht man beim Balls aus. Das war der Ellenbogen in der Nase. Ich glaube, erinnert. Oh Gott. Das kenne ich. Das war ein schönes Gesang. Hab ich ja selber als Heißer. Schiff, allerdings können wir gleich verklagen, dann kriegst du wenigstens 2 Millionen. Pass auf, dann kannst du aber zur Gerichtsverzierung gehen. Schiff, 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 schiff. Krieg eine bessere Anzeige, ne? Der letzte damals mal in Dresden erleben musste, Stadtfest wie neu war, wo wir alle aufgestanden sind, weißt du? Mensch, was ist denn das? Hey, hey, der hatte Hand drauf, Schiri. Ja, was ist denn der Zehner, oder? Na, bestimmt. Was ist denn der Zehner? Weiter, Jörg, sag weiter! Die 5. Los, jetzt bitte! Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, das Ding war halt komplett ausgemacht. Nein. Ich bin mit dem Auto da, ich mich dann noch nicht einmal aufgelaufen. Soll man das stört euch, wenn es geht? Ja, tro. Ja, der ist ein Auto, du hast es hier auch gut gemacht. Willst du mal fragen, Gennig? Das muss ich sein. Kann man bitte jemand wegen der Anlage fragen? Das ist nicht der Platz, das sind die sonst kommen. Halt! 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 Was war der Ball? Ist doch gar nicht so lange her, noch? Bähig lange hat man eingeschmacht. So will ich nicht mehr? Ja, guck mal. Hat die schon mal? Auf dem Spielball hier? Auf dem Telefon hin? Die Hand ist gewollt auf das Spiel. Die Hand ist auch echt geholen. Das sind ... Hättest du mal eine Fehlkurschaft vielleicht einstellen? Das sind ... Ey! Sommer! Jawoll! Hast du schon was Fälle treiben? Nö. Nein. Nene, nene, nene. Seh ich nicht. Uff! Nicht wieder einer. Mensch! Ich glaub ... Da hier die Bockwurstbude, wo die Freund sich ... Mach was, scheinen wir sie hin. Kannst du doch raus ... Da verklocken die die hin. Wenn du das von Schalke machst ... Aber da lebt das ... Schalke sogar ... Ja. Klares Fall ... Vorgang, ja, das kann sein. Aber das, was zum Freistoß führte wurde, auf jeden Fall. Na, schauen wir mal. Wenn jemand aufs Tor bringt. Schalke. Schalke. Ja, das ist ... Schalke. Schalke. Aber das ist gut, nachher ganz anscheinend. Ne, ne. Aber nachher, was ja auch völlig schwierig ist, die sind komplett gegen diese personelle Schleppetickets. Aber mit sowas machen das ja nicht aus. Das tun sie erfordernd damit. Genau das ist es. Geil! 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 Außerdem übrigens, vielen Dank noch für dein SUP! He! Ein zweimgang ausgewählt Hallo! Hurra! Geil! Geil! Wo bist du jetzt hier? Können sie einen Top fahren? Nein, nicht so wirklich. Alter, einige noch gar nicht so richtig im Spiel. Jetzt ist es schwer. Ja. Ja, nicht hier dran. Danke, Schatz. Du nimmst das hier mit. Wollen wir gehen schnell? Ach komm, Marie. Du bist eisekalt. Zahme. Ich muss nicht. Ich muss nicht. Was ist denn heute Lösung? Geht ja gar nichts. Was nimmt der die Hand? Wie war es denn? Wie war es denn? Ja, schon. Ja, schon. Hallo. 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 Tochter. Bis drei Viertel geht's. Ja, machen wir. Das ist schon ein Schein. Das ist auch wieder da. Liebes Freier von Bällig. Was die Katapulten gewesen? Wir können die Schalker von oben. Wir fahren ja dort. Ich bin bescheid, dass wir hochkommen. Ich bin bescheid, Seffin. Komm ein bisschen hoch, bitte. Laufsichern. Bei mir ist das ein blablablauch. Den Ballen laufen Christen. Dort sind wir auch nicht. Aber dem sind wir auch von Schalken. Da sind wir auch richtig. Die Hütte. Stehen da draußen. Kommen wir noch. Kommt sie los angekommen? Ja, Falka. Das ist nur ein Fan-Grufer. Ach, sieh. Der ist nur ein Fan-Grufer. Es ist nicht so. Es ist nicht so, es ist ein Fan-Grufer. Es ist nicht so, es ist ein Fan-Grufer. Seid nicht so, es ist ein Fan-Grufer. Schön mit dem Haar, doch. Aber das wäre so Problem. Ich hab's nicht auf dem Weg. Ich hab's nicht auf dem Weg. Ich hab's nicht auf dem Weg. Der ist so gut als Gegenwart. Ich hab's nicht auf dem Weg. Das scheint immer die Ehre zu sein. Ich bin auf dem Weg. Komm los. Das ist schön. Darf ich mal mal irgendeinem Auto ziehen? Ja, das ist nicht Auto. Ja, das ist nicht Auto. Ja, das ist ja schön. Ich hab's nicht auf dem Weg. Ich hab's nicht auf dem Weg. Wir haben das fast. Ich hab's nicht auf dem Weg. Ich hab's nicht auf dem Weg. Alter, der übelste Nutscher. Der übelste Nutscher. Mensch! Ja, der ist schön. Ja. Das heißt, du... ... ich sag die ist, wenn du das für Sprache bekommst. Ich hab's nicht auf dem Weg. Das ist gut. Weiter weiter, weiter auf die Fremde! Gedünnet. Immer die falsche Entscheidung. Der wird nicht so gut! Hat sich die Fremde drauf! Wie raus! Die Fremde kommt locker weg! Von den Knacken, für den Böhler! Die Fremde kommt locker weg! Der Böhler! Der Böhler! Ja, wenn die den Ball mal haben, dann findet der Böhler nicht schlecht! Kann ich nicht mehr auf dem Ball! Wenn der Böhler nicht mehr auf dem Ball geht, dann wird das nicht mehr auf dem Ball! Das ist immer so, dass der Böhler nicht mehr auf dem Ball kommt! Ich habe eben zufrieden! Ich stehe heute nicht mehr, ich stehe heute nicht mehr auf dem Ball! Kartenmühle, Rösenbeine. Das ist wie hell zu Hause. Applaus Ich glaube, es gibt dann immer noch Ecke, wenn du wiederkommst. Ich glaube, es gibt dann immer noch Ecke, wenn du wiederkommst. Das ist ein Scheiß. Der Motti ist ein Dinger, wie mein Freund. Das ist ein Schmerz. Ja, das ist ein Schmerz. Das ist schön, wenn zwei Menschen sind. Das ist ein Schmerz. Du sitzt geil. Das ist ein Schmerz. Und das ist ein Schmerz. Aber das ist ein Schmerz. Alex komm rein! Alex komm! Der geht wieder entgegen. Das war der Halbzeitgriff. Spielstand. Klaas Ritter. Die Gemeinschaft Lohnen wählen. 0 zu 1. Niko, Niko, zieh dich mal um, die braunen Stürmer. Hm. Das schwitzt schon. Oh. Tja. Ja, das war Nummer eins Meter. Ja, das kommt doch nichts an. Ja, das kommt doch nichts an. Ja. Niko, Ritter. stadt. Niko, Ritter. Ja. Wenn du schon merkst, das ist wohl nicht angst. Papa, ich geh mit runter! Ja. Das Funkgerät aus. Das Funkgerät wieder raus. Das Funkgerät wieder raus. Das Funkgerät wieder raus. Das Funkgerät wieder raus. Betnaurer in Sachsen, allgemein immer Christen. Ja, stimmt ja. Christoph. Moin. 0-1. Ja. Guck gar nicht. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das Furze. P respects. Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. ... Das war's. Das war's. ... 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 Das weiß ich. Lass es dir schmecken. Schmeckt gut. Papa, es schmeckt gar nicht so sauer. Schmeckt nicht sauer. Nicht ein Ball hinten ist es. Genau, ganz rödelfaul. Mann, Mann, Mann. Na, Sommer. Viel Spaß. Viel Spaß. Vielen Dank. Tut es damit einmal, ne? Tschau. Was hackt denn ihr aus, ihr zwei? Das ist bestimmt nicht gescheit. Was ist denn jetzt der Plan? Was hat denn dir deine Schwester gesagt? Ihr braucht nicht zum Auto gehen. Das Auto ist zu. Ich hab das Auto öffnen gelassen. Die haben vorhin die ganze Zeit im Auto gespielt. Radio an, Radio aus. Bleibt stehen jetzt? Bleibt stehen die nächste Woche. Ach, wo kommt der her? weiter geht noch. Weiter geht noch. Weiter geht noch. Leute, komm! Hey! Hoch! Hoch! Wenn ihr dort unten den Ball abkriegt. Kommt hoch! Kommt hoch! Marie! Du fällst da dran! Marie! Marie! Marie spielt heute übrigens nie mit. Oh, wie der raus sprintet, wenn die führen. Das ist wünschgut. Ach ne, das ist auch gut. Spielerwechsel. Breite Spielgemeinschaft. Lohnen wählen. Den Platz verlässt mit der 17. Paul Pinkert. Und neu auf dem Feld mit der 44. Kevin Weber. Marie, hoch! Mensch, muss ich singen? Oskar, gestern beim Bier wieder hier. Haare zupfen beim Bier. Denk an den Weihnachtsmann. Jetzt kommt ein Schnee. Oh, getunnel. Schwarz-gelb raus. Zustellen! Zuletzt schafft die Bank. Hingehen! Hingehen! Jawoll! Nur weit beschlugen. Nein! Auf der Beine! Komm raus! Augenschein! Ein Müller! Hau doch dran! Mach dich gleich eine zum Morgen! Nein! Außen! 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 Leiter Colin! Auf der Beine! 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 Kürzelt! Schnell, Tobi, schnell! Ziehst du bitte die Schuhe wieder an? Mensch! Hör doch mal auf! Spannung, Jungs! Oskar, sagst du mal bitte was? Ja, das ist gut. Magst du ruhig an die Zwandschrennen, oder? Vor allem beim Einlaufen mal aufpassen. Und mitgehen vor allem! Kommt ja wieder zum Koppel. Wir müssen Alex dran schieben, als Koppel starten. Der kann ja nicht alle Fünfe nehmen. Hoch, Alex! Was ist das? Jawohl, weiter, weiter, weiter! Schwarz, hey! Hey! Marie, hoch jetzt! Mensch! Hey! Zustand! Ist das zu weit weg, Jungs! Marie! Marie, du kommst jetzt zu mir! Komm jetzt her! Sag mal, geht's noch? Ja, was? Komm, komm! 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 Das ist doch planlos! Auch gerade eben das gesehen, die sie zugestellt haben! Ja! Mach's breit! Mach's breit! Ja! Ich hab's breit! Hier, der Tobi steht! Gleich! Ja! Wir haben Angebote! Wir haben Angebote! Ja! Tag, Tobi! Ja, meine Frau, jetzt sind nicht den Weibull! Jawohl! Ah! Mann! 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 Komm! Mann! Komm! Tobi! Tobi! Komm! Tobi! Tobi! Danke, Kleisi! Hörst Du das vorher nicht!? Heute ist wirklich... Heute ist wirklich nicht leicht. Die ganzen Funktionen. Wer drifts teures zu? Danke für dein Mitgefühl! Nebenbei, Dia da muss man das Spiel drehen. Das hast Du vergessen zu erwähnen. Aber die Freistoß-Entscheidung kann ich jetzt nicht noch übernehmen. Das ist der Fall. 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 Nein, flach. Nein, flach. Einer durch. Weiter, weiter. Kommt, Jungs! Kommt, zelt mal zu. Zelt mal zu. Zelt mal zu. Dann kommst du überhaupt nicht mehr hoch. Weil du dann nicht mehr laufen kannst. Ich will lieber dir frei. Musst du aber. Nein. Doch, weil du nicht hörst. Selber schuld. Oskar geht auf mich. Nein, Oskar hört auf mich. Ich will aber wenigstens legen. Schneller, Jungs! Schneller! Schau! Er legt mal vier da. Deswegen zieht mich jetzt wieder runter. Nein, du hörst nicht. Und dann geht das halt noch. Dann können wir das nicht mehr machen. Kannst du die Schuhe ausziehen? Nein. Kannst dein Kleid ausziehen. Dann lassen wir alles hier. Bleibst du nackt. So. Lass fallen. Lass fallen. Lass fallen. Lass fallen. Lass fallen. Marie, dann höre jetzt. Ja, ich höre jetzt. Nein, du hörst nicht mehr. Papi, ich höre jetzt. Papa, ich höre jetzt bitte. Ja, einfach hingehen. Papa, ich höre jetzt. Die Abwehr, das ist ein ganz schweren Stand. Philipp Rost, kann man sich nochmal anmelden bei Twitch und das in den Chat schreiben? In unserer letzten Aktion? Papa! 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 Jawoll! Hintermann, Hintermann! Jawoll! Jawoll! Geh! 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 Mit links! Oh! Mann! Kommt Jungs, stellt mal vorne zu, richtig! Komm! Hat er eine Nachspielzeit angezeigt? Stimmt ja. Da haben wir schon einen Dohler mit vorne. Ja, ich höre schon. Hinterköpfen, hinterköpfen. Merke ich auch. Ja, noch. Komm mal hin. Reicht rein, Mensch! Kommt doch raus, Mensch! Wie schnell ist denn der? Das Ding ist im Fünf-Meter-Raum. Muss er da rauskommen? Das ist Sascha. Komm, Jungs, strafe! Das ist ja wohl ein Scheiß. Ja, müsste er. Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm, komm! Der war gerade übel schnell. Der hat genau einen Sprint. Der hat genau einen. Genau einen Sprint. Abseits! Seid nicht! Mensch! Sascha, was macht denn der? Ja! Oh! 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 Tobi selber war! Reinfädeln! Warte! Mensch! Da war's! Da war's! Ne, ne... Nee! Aber voll. Langese. Langese! Langese. Langese, einfach. Weg! Komm, weg! Weg! Das ganze Mal! Läuf! Hörbe! Hörbe! Ja, bomb! Guck! Ja, mal. Schöne! Ich bin ganz schlecht. Der Arto hat schon super gesagt. Und hoch, und hoch! Ja, das stimmt. Sind sie auch. Gebe ich dir recht. Nachspielzeit 4 Minuten. Los, Jungs! Komm! Vorsichtig! Du musst ein bisschen aufpassen. Setz dich mit auf die Bank, da passiert das Ding. Zulaufen! Ja, genau. So ist es. Hoch! Komm! Komm! Abseits! Ja, ja, ja. Vorne! Nein. Ja, eh noch, aber nicht 2. Da tue ich das nicht mehr am Tag. Ach so, fertig. Sehr gut. Nein, der Sascha! Ich weiß, was ich nicht will. Das ist der letzte Mann an Preußen gezählt. Das hat der Thema auf dem Schirm. Oh! Oh! klar weiß, ist es nicht mehr. Schwarz. Jetzt wäre es wieder gewesen, Max. Komm, Jungs! Komm, Jungs! Der weiß, Kube! Mensch! Was freit, was freit! Ja, genau! Kai! Kai! Kai, reiß dich! Mensch! Kai, hör auf jetzt! Mit dem Müll! Komm, Jungs! Trot, trot, trot! Pierre, geh weg! Und das geht weiter. Nein, mach ihn nie weg. Gut. Test machen, Test machen! Oh! Vorrecht. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ja, Pia war mit der Handtrennung. Nach vorne! Das sind aber absolut sinnlose Bälle. Ich spiel da keinen Ball kurz vor der Angst auf der Außen. Der muss in die Sechzehrein. Ich spiel da keinen Ball mehr auf der Außen kurz vor der Schuhe. Ich spiel in die Sechzehrein hoch rein. Da hat er, dass irgendwer das Ding noch nie reinkommt. Das musst du schon wissen. Das ist schon. Zeig die Spiele! Ehe, eine Überpräschung! Das ist schon. Er hat halt gar nicht besser. Er hat das, hat die Halbzeit gar nicht besser. Er hat die Halbzeit gar nicht besser. Er hat die Hälfte! Er hat die Hälfte! Er hat die Hälfte! Er hat die Hälfte! Das war der Schlusspfiff. Der sechste Spieltag hier in Schlottwitz heute zwischen dem SV Glaser und der Spielgemeinschaft Wählen-Lohmen endet mit 1 zu 2. Wir wünschen euch einen schönen Sonnabend und einen schönen Sonntag. Ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Sportfrei. Geh hin und fragen. Kann man denn so viel fördern? Weschenne hat mir das gefällt? Ich auch nicht. Schwarz-gelbe Rose ist verloben. Stimmt. Sieg. Na ja, dann ist das so. Unverdient war es nicht. Also wir waren heute gerade ein Schlecht. Es war das Schlechteste, die Saison spielt, glaube ich, von uns. Muss es auch mal geben. Wir haben eine Ergebniskrise. Das ist die dritte Niederlage. Nein, die vierte. Die vierte Niederlage sogar. Bei zwei Siegen. Aber die Saison ist noch lang. Und absteigen können wir ja nie. Von der Worte her fast alles. Also euch auch noch ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne wieder. Zug kommt. Kommt noch mal bitte alle winken. Auch jetzt an den Endgeräten. Bitte alle winken. Dankeschön. Gerne gestreamt. Viel Erfolg in der Weekend League. Danke wünsche ich euch auch. Kann auch besser werden, wenn man es heute gesehen hat. Lohmö kriegen ihren verdienten Applaus. Also, macht es schön gut. Kappt hoch, viele Grüße. Sehen uns heute Abend, Sascha. Wir sehen uns heute Abend. Geht los. Danke dir. Macht's gut. Ciao, ciao.